Hey Mom! Nein, heute habe ich kein Date. Willst du auch Alan fragen? Und was läuft? Ja, ich habe deinen Anruf abgehört. Ich wollte dich ja zurückrufen, aber... Doch, wollte ich. Doch, wollte ich. Doch, wollte ich. Gut, dann eben nicht. Es tut mir leid. Warum hast du denn angerufen? Ich sagte, es tut mir leid. Doch, es tut mir leid. Doch, wirklich. Doch, wirklich. Gut, dann eben nicht. Also, was gibt's? Morgen? Ja, klar, einer von uns ist hier. Ich bin hier. Also, wir sehen uns. Hab dich lieb. Nein, ich habe das nicht nur so gesagt. Hab ich nicht. Nein, hab ich nicht. Mom, wir beide wissen, wohin das führt. Ich muss dich leider mit ihr allein lassen. Ja, von wegen. Ehrlich. Ja, ja. Ehrlich. Und wenn schon. Na, dann eben nicht. Schwachkopf. Seit 30 Jahren zeigt er immer die zwei, wenn ich sage ungerade und ich bin der Schwachkopf. Hey, Partner. Hey, Dad. Hier, die Rechnung für Jacks Klassenfahrt. Was soll ich damit? Na, sie bezahlen. Bezahl? Warum bezahle ich Unterhalt für das Kind, wenn du das Geld nicht dafür benutzt, das Kind zu unterhalten? Der Unterhalt betrifft keine Klassenfahrten. Wer sagt das? Wenn du dich weigerst, Alan, bitte. Dann klären eben unsere Anwälte, wer für die Klassenfahrten aufkommt. Ach so, du meinst Klassenfahrten? Ich bezahle nichts lieber als Klassenfahrten. Ich dachte, du meinst Tassenfahrten. Was sind Tassenfahrten? Keine Ahnung, aber dafür will ich nie was bezahlen. Wiedersehen, Alan. Für Tassenfahrten zahle ich jedenfalls nichts. Gut, Mom, war schön, dich zu hören. Ich muss jetzt auflegen. Doch, das muss ich. Doch, ich muss? Okay, dann eben nicht. Nein, ich genieße den Sonnenuntergang mit meinem Lieblingsbruder, Alan. Aber ich lüge doch nicht. Aber nein, wirklich nicht. Okay, dann eben doch. Viel Spaß in der Schule. Ja, bis dann. Charlie, warte auf mich. Hast du Alans Lunch gemacht? Ja. Hey, du hast vergessen, mir einen Abschiedskuss zu geben. Hab ich nicht. Hast du doch. Hab ich nicht. Hast du doch. Gut, dann eben doch. Charlie, warte auf mich.